Was geht ab Leute, heute ist soweit, wir spielen den ganz normalen Fahrstuhl, ja Leute, den ganz normalen Fahrstuhl, wir können jetzt nämlich reingehen und werden auf 32 verschiedenen Ebenen landen, Leute, er geht jetzt nämlich zu und jetzt geht er auf und werden hier irgendwo landen, wo bin ich denn jetzt, Leute, in der fünften Etage, vierten, dritten, oder ist das einfach nur ein Counter, dass die Tür jetzt aufgeht, Leute, ich bin gespannt, also es kann auf jeden Fall mal spannend sein, mal gruselig auch, Leute, okay, oh Gott, Leute, wenn ihr auf jeden Fall davon mehr sehen wollt, auf jeden Fall auf den Like-Button oder auf den Abo-Button, Leute, wo müssen wir jetzt hier am besten raus, in welcher Etage sind wir hier, bitteschön, geht's hier rechts oder links lang, oder hier irgendwo, Leute, was ist das hier für ein Labyrinth, hallo, ist hier jemand, oh, Slenderman, lauf, 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 lauf zurück, ich hab mich voll erschrocken, Leute, man, ich hab mich voll erschrocken, oh, oh, okay, schnell zurück, Leute, ganz schnell zurück, Mach das zu, mach zu, mach zu, mach zu, noch zehn Sekunden, oh, Gott, ey, nein, 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 da ist er, Leute, da ist er, er kommt immer leer, oh, er kommt immer leer, Leute, oh, er ist bei uns, Slenderman, oh, die seh ich ja nicht aus, hey, was ist mit meinem Gesicht, Leute, was ist mit meinem Gesicht passiert, warum seh ich so komisch aus, wo ich von Slenderman berührt, Und was ist gerade passiert, okay, also noch zehn Sekunden warten, er geht auf jeden Fall hier zum nächsten Fahrstuhl, hallo, können wir hier rausgehen, Leute, ist das hier, hä, nur einer ist rausgekommen, oder so, ne, hallo, ich möchte auch raus, wie können wir hier raus, Leute, der ist, irgendwie hat's der rausgeschafft, wo sind wir denn hier überhaupt, Leute, was ist das hier, hä, hört ihr das auch, hä, wow, Nimm Dino, ah, einer wurde gegessen, ey, einer wurde einfach gegessen, hä, hier sind Dinos, Leute, was war das, was war das hier gerade für ein Fahrstuhl, vier, drei, zwei, eins und null und, wo sind wir jetzt, hallo, warum können wir denn, wir können ja schon wieder nicht rausgehen, was ist denn das, doch, einer schafft es wieder raus, warum schafft es immer nur einer raus, Leute, wo sind wir denn jetzt gerade hier, ich kann jetzt hier leider nichts sehen, Hallöchen, ist da jemand, Leute, hallo, Kuba, kommst du zurück, Kuba, Kuba, Kloß, komm zurück, jetzt bin ich durch den Fahrstuhl einfach gefallen, oh, Manu, wir hätten an der Seite, glaube ich, stehen müssen, warum tanzt der denn hier so, Leute, okay, vier, drei, zwei, eins und, zack und, hey, Ey, was ist denn jetzt hier los, okay, das ist der Hühnchen-Ess-Contest, wir haben, oh, okay, ich muss jetzt ganz schnell Hühnchen essen, Leute, ich bin bereit und essen, essen, ja, ich bin erster Platz bis jetzt, ich bin bis jetzt erster Platz, Oh, ich esse ganz viele Hühnchen, Leute, ich esse ganz, ganz, ganz viele Hühnchen, warum ist mein Gesicht überhaupt so komisch, Ah, ich klicke so schnell, wie ich kann, ja, 85 Hühnchen habe ich jetzt gegessen, Leute, oh, yeah, könnt ihr mal sehen, bis zum nächsten Mal, Tja, Leute, da habe ich mal eben den Leuten gezeigt, wie schnell man Hühnchen essen kann, so schnell geht es jetzt nämlich auch, ganz easy, Drei, zwei, eins und nächste Etage, hä, wow, willkommen an alle, an die Jojo-Den-Show, was, ich bin euer Host, Jojo, heute werden wir drei, Okay, also wir müssen ein Tanz-Battle machen, nur drei Leute, nein, ich bin nicht dabei, aber die jetzt, die müssen ein Tanz-Battle machen, Leute, also, hört gut zu, Nummer eins, ihr müsst auf jeden Fall auf die Farbe gehen, die dann aufleuchtet, okay, und je mehr Farben aufleuchten, desto schneller muss man sich bewegen, Schnell, geht auf Grün, ihr Idioten, geht auf Grün, hallo, ja, jetzt musst du auf Gelb und auf Grün und auf Blau und auf Gelb und auf Rot und auf Grün, Alter, guck mal hier, ich hätte da schon längst, ich wäre da schon richtig gut gewesen, ist hier Spongebob-Trigger, nein, aber hier, komm, weiter, Contest, Gleich habt ihr es geschafft, noch 17 Sekunden, los jetzt, wer wird gewinnen, Leute, wow, gute Moves, richtig schöner Tanz, sagt er, ja, kannst mal sehen, 1.800 hat, glaube ich, der Linke, ich glaube, der Linke hat gewonnen, okay, Leute, das war auf jeden Fall der Fahrstuhl, was ist überhaupt mit meinem Gesicht los, Leute, guck mal an, hier, Mann, mein schönes Gesicht, ey, 2, 1 und nächster Fahrstuhl, hä, ey, Mann, warum können wir eigentlich die ganze Zeit nur zugucken, Hier ist anscheinend eine Sonne, Leute, okay, und er geht hier einfach so, geht ganz normal rum, und da ist die Sonne, dann kommen wir jetzt wieder, hä, 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 ich will auch hier durchgehen, Yo, hö, was ist denn jetzt los, was ist denn jetzt los, Leute, was geht hier ab, wo sind wir, Alter, wir sind auf, hä, wo sind wir, Freunde, ich checke das nicht, äh, warte, können wir hier durchgehen, schnell, schnell, ah, nein, nein, ich bin hier durchgefallen, Leute, Och, Mann. Hey, mein Gesicht ist auch wieder normal. Sehr gut, komm. Ich geh nochmal in den neuen Fahrstuhl rein. Mit Genie. Okay, Genie. Mal gucken, welche Etage wir jetzt landen werden. Ich bin mal gespannt. Hm. Hm. Hey, wir wären doch eben auch schon mit denen unterwegs, oder nicht? Mit denen hier auch noch. Fallcool. Na gut, okay. Drei. Zwei. Eins. Und. Hä? Hä? Ähm. Ist bei euch kühn alles in Ordnung? Hallo? Hä? Wir können Kühe umschmeißen. Ha. Leute, wir können einfach Kühe umschmeißen. So, hier. So, äh. Hier. Weg mit euch. Ha. Wir können hier einfach alle umwerfen. Und hier ist sogar ein Schaf. Hä? Hier ist schon ein Schaf, Leute. Wow. Hey, hier ist ein UFO. Ha. Leute, der wurde einfach... Hä? Hä? Hau rein, Johnny. Lol, was ist gerade mit Johnny passiert? 3, 2, 1 und nächste Etage. Und wo sind wir denn jetzt hier gelandet, Leute? Kann ich hier auch durch? Hallo? Hey, was ist das denn? Wer sind die? Leute, wer sind die da vorne? Oh. Hey. 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 Unser Fahrstuhl stürzt ab. Unser... Ah. Hey. Hey. Nein. Unser Fahrstuhl ist gerade abgestürzt oder so. Oder... Hä? Leute, was ist hier gerade passiert? Das ist hier auf jeden Fall echt alles mega, mega verrückt, Freunde. Also jetzt haben wir auch schon wieder in drei Sekunden wieder eine neue Etage, die wir hier erreichen. Und... Hey. Hey. Können wir hier Skifahren? Nein. Das ist eine mega Toilette. Ne. Äh. Warte mal. Ist das eine Toilettenrutsche? Ja. Wow. 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 Und ging dagegen. Sprich und zack. In die Toilette rein, Leute. Und nicht in Strudel, okay? Nicht in Strudel. Oh. Oh. Nein. Leute. Ey. Jetzt bin ich braun. Oh. 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 Und ich wurde einfach ausgekackt. Und was ist das hier? Ach. Wir können hier mit einem Teppich runterrutschen. Oder was ist das? Hä? Leute. Es will aber nicht funktionieren. Das hier jetzt. So. Komm. Und Abfahrt. Nach vorne. Geh nach vorne. Irgendwie will es nicht funktionieren, Leute. Ah. Ich bin komplett braun geworden. Wuhu. Wow. Und. Ey. Wow. Okay. Ähm. Leute. Warum sind wir jetzt alle so braun? Zwei. Eins. Und. Welche Etage? Okay. 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 Äh. Ähm. Okay. Also. Ich mach die Hände hoch. Ich mach die Hände schon hoch. Hä? Hä? Ja. Das ist sie. Ja. Was macht. Was macht er da? Okay. Hau rein. Äh. Lebe wohl, Genie. Mach's gut, Genie. Und. Kuba. Oh mein Gott. Okay. Äh. Leute. Was war das gerade einmal für ein Polizeieinsatz? Und jetzt ist sie wieder hier? Hey. Hast du dich rausgemogelt? Ha. Warum ich sagt sie? Haha. Leute. Ey. Okay. Aber schon in fünf Sekunden. Kommen wir wieder auf die nächste Etage. Drei. Zwei. Eins. Und. Was erwartet uns? Hä? Ein UFO? Hä? Hey. 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 Hilfe. Hilfe. Leute. Was passiert hier? Ey. Nein. Ich möchte nicht rausfliegen. Ey. Wir drehen uns die ganze Zeit. Ah. Ah. Oh. 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 Beruhigung. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Hilfe. Hilfe. Nein. Hilfe. Leute. Einer ist schon rausgeflogen. Alter. Was war das gerade mit dem Alien, Leute? Oh mein Gott. Ich muss ja sagen. Hier passieren auf jeden Fall echt mega verrückte Sachen, Leute. Und in zwei Sekunden passiert gleich schon wieder das nächste Verrückte. Was ist ja mal jetzt hier? Und hey. Eine ganz normale Welt, oder nicht? Oh. Ein Tornado. Wow. Ey. Komm auf mich zu. Ey. Tornado. Leute. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Der Tornado ist hier. Er wirft auch Haie. Ey. Das ist ein Mega-Haie. Oder so ein Wal. Oder sonst was. Was ist denn das? Äh. Ich bin in einem Tornado gerade drin. Leute. Der eine wurde einfach gegessen. Äh. Hallo. Es regnet Haie. Es regnet einfach Haie, Leute. Hilfe. Lauft alle schnell weg. Können wir hier in irgendein Haus gehen? Ne. Yo. Was geht hier ab? Okay. Äh. Hilfe. Leute. Ey. Ich durfte bloß nicht vom Hai gefressen werden, ne? Bloß nicht vom Hai gefressen werden. Ey. Die sind auch hier auf den Dächern und so. Okay. Pass auf. Ich gehe mal wieder schnell in die Fahrschule rein. Oh. So. Alter. Haben wir gerade Glück gehabt, Leute. Äh. Okay. Ich würde mal sagen, Freunde. Das soll es auf jeden Fall von einem normalen Fahrschule gewesen sein. Wenn ihr davon noch mehr sind wollt. Dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button. Und auf den Abo-Button. Und schaut einzig mit meinem BSC aus. Einfach draufklicken. Und abonniert den Kanal, für die ihre Vlogs folgen. Extra für dich.